Grüß Gott. Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Seit einer Woche ist schon das Oktoberfest. Oh, Zapf, dies hören wir jeden Tag oder jeden Abend. Ich weiß nicht, ich war noch nie auf dem Oktoberfest, Morat, du? Ja, ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Ich auch nicht, ich wollte mich einfach nur verkleiden. Ich gehe auch, wenn schon, auf den Cannstatter Vasen. Ja, das ist ein bisschen was anderes. Jedenfalls habe ich euch letzte Woche bereits gezeigt, wie man ein Dirndl backen kann und heute habe ich gedacht, machen wir natürlich passend dazu die Lederhose. Aber Morat, wo ist denn deine Lederhose? Ich trage keine Lederhose. Du hast gar keine an. Nein. Der Tom kam heute ganz vorbildlich, das müssen wir auch mal zeigen, da kam heute ganz vorbildlich in die Lederhose. Ja, Lederhose. Hier, rot-weiß kariert. Ja. Er ist jetzt übrigens Mitarbeiter des Monats. Ja. Und ja, deswegen habe ich gedacht, komm, ich nehme Toms Lederhose als Vorlage und back einfach, ja, seine Lederhose nach. So ist es. Cool, oder? Ja, und jetzt während dem Dreh haben wir mitbekommen, dass unser Freund Markus heute 40 wird. Deswegen haben wir gedacht, komm, dann machen wir gleich eine Geburtstagstorte draus. Ja, der Markus ist jetzt richtig. Ja, da werde ich gleich noch so einen Schriftzug draufschreiben und ja, ihm dann schenken. Das heißt, du kannst die Torte heute leider nicht probieren. Ist gar nicht schlimm, weil eigentlich war es ja gar nicht geplant. Wir haben ja erst vergessen, dass Markus noch Geburtstag hat. Ja, jetzt machen wir einfach so, als hätten wir es direkt mit eingeplant. Und jetzt haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau. Markus, diese Torte wurde extra für dich gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles wie du zum 40. Aber ich gehe jetzt nicht im Dientel und überreiche sie ihm nicht so. Alles ja lustig jetzt. Nee, ich muss danach noch zum Elternabend, weil ich will, wie die mich dann alle angucken. Ja, ich will eigentlich Elternabend, stimmt genau. Ja, jedenfalls habe ich hier eine Torte mit Schoko-Fondant eingedeckt und habe innen drin eine richtig leckere Nuss-Nougat-Torte und sogar noch ein bisschen Crunch mit dabei. Wir haben nämlich selbst Hasselnuss-Krokant hergestellt und das Ganze mit Vollmilch-Ganache eingedeckt. Boah, das Ding schmeckt echt gigantisch. Richtig lecker. Also da ist so ein richtig schöner Crunch drin. Du kannst die Torte jetzt halt nicht probieren. Ich probiere sie nicht. Ich freue mich aber, wenn sie sie Markus nachher freuen. Genau. Und ich zeige euch jetzt mal die Zutaten für den Teig, denn damit starte ich jetzt zuerst. Für den Teig brauche ich 4 Eier, 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz und etwas Vanilleextrakt, 200 Milliliter Sonnenblumenöl, 200 Milliliter Buttermilch, Sprudel oder zum Beispiel Bier, 300 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Zimt, 150 Gramm Nuss-Nougat und 100 Gramm Haselnüsse. Für den Teig verrühre ich zuerst die Eier mit dem Zucker, dem Salz und dem Vanilleextrakt in 4-5 Minuten schön weiß cremig. In der Zwischenzeit kann ich schon mal die Haselnüsse fein mahlen und dann werden sie in einer Pfanne ohne Fett geröstet, bis sie lecker duften. Jetzt schmelze ich noch den Nougat bei niedriger Stufe in einem kleinen Topf und dann rühre ich jetzt alle Zutaten, also die Buttermilch, das Sonnenblumenöl, das Mehl, gemeinsam mit den gemahlenen Haselnüssen, mit dem Backpulver, dem Zimt und den Nougat in den Teig und dann wird der Teig nur noch ganz kurz verrührt. Den Teig fülle ich jetzt in einen vorbereiteten Backrahmen, den habe ich auf größter Stufe eingestellt. Da wird er jetzt glatt gestrichen und dann im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für etwa 35 bis 40 Minuten gebacken. Der Teig ist jetzt im Backofen und die Zwischenzeit kann ich nutzen, um eine Ganache herzustellen. Zu dem Nougat-Teig passt perfekt eine Vollmilch-Ganache. Dafür koche ich 300 Gramm Sahne in einem kleinen Topf auf und ziehe sie dann wieder vom Herd herunter. Anschließend kommen jetzt 750 Gramm Vollmilchschokolade rein und dann wird die Ganache so lange gerührt, bis die Schokolade geschmolzen ist. Die Ganache habe ich jetzt umgefüllt und da kommt jetzt ein Deckel drauf. Und damit sie ein bisschen schneller abkühlt, stelle ich sie einfach auf so ein Kühlpad, kann sie hier auf der Seite stehen lassen und das Kühlpad aber dann wieder wegnehmen, wenn sie schön streichfähig ist. Die Zwischenzeit nutze ich jetzt, um einfach ein bisschen Deko herzustellen und ich habe jetzt hier bereits ein Cakeboard. Das ist noch in Folie eingeschweißt, daher konnte ich jetzt einfach mit einem Edding auf das Cakeboard draufmalen, so ganz grob, damit ich weiß, wie groß die Torte später sein wird und welche Deko-Elemente ich herstellen möchte. Zuerst stelle ich jetzt die Knöpfe her, da habe ich so eine Silikonform und nehme jetzt einfach Modellierschokolade, weil die wirklich super aushärtet. Und habe die jetzt bereits weich geknetet und kann jetzt immer kleine Stücke abreißen, zusammenrollen und hier reindrücken. Falls ihr keine Silikonform habt, zeige ich euch gleich, wie man Alternativknöpfe herstellen kann. Um die Knöpfe selber herzustellen, rolle ich die Modellierschokolade auf 3 mm Stärke aus. Jetzt könnt ihr einen kleinen Ausstecher oder zum Beispiel eine Spritztülle nehmen, die etwa einen Durchmesser von 3 cm hat und damit steche ich jetzt die Knöpfe aus. Jetzt nehme ich eine kleinere Spritztülle oder einen kleineren Ausstecher mit etwa 1,5 cm Durchmesser und präge den Knopf. Für eine schöne Dekoration nehme ich jetzt noch einen kleinen Blumenausstecher und präge damit die Mitte des Knopfes. Die kleinen Löcher könnt ihr entweder mit einem Zahnstocher oder zum Beispiel mit einer ganz kleinen Lochtülle reinstechen. Und jetzt müssen alle Knöpfe einfach nur noch gut aushärten, damit ich sie später verwenden kann. Jetzt kommen noch die Schnallen für die Lederhose. Dafür nehme ich jetzt schwarze Modellierschokolade und auch die rolle ich jetzt auf 3 mm Stärke aus. Das Stück lege ich jetzt auf Backpapier, damit ich es einfach gleich nicht mehr bewegen muss. Und jetzt nehme ich wieder meine Vorlage, damit ich weiß, wie groß ungefähr die Schnallen sein müssen. Also die kommen jetzt hier drauf auf die Hosenträger und ich nehme jetzt Ausstecher. Ihr könnt aber auch das Ganze einfach mit einem Messer ausschneiden. Und ich habe jetzt hier rechteckige Ausstecher und schaue einfach, welche von der Größe her gut passen. Und so sehen sie jetzt noch ein bisschen langweilig aus. Daher nehme ich jetzt hier so eine Silikonform. Ihr könnt aber auch das Ganze ohne Silikonform machen und jetzt einfach kleine Deko-Elemente modellieren und die mit Lebensmittelkleber draufkleben. Die Deko darf jetzt trocknen und in der Zeit kann ich schon mal das Mittelstück an der Lederhose machen. Und zwar ist es zwischen den Hosenträgern. Das mache ich jetzt aus braunem Schoko-Fondant, den nehme ich später auch zum Überziehen der Torte. Und damit das Stück aushärten kann, kniete ich da jetzt einfach ein bisschen CMC-Pulver ein. Und ich brauche jetzt dafür etwa 100 Gramm und etwa einen halben Teelöffel CMC-Pulver. Und durch das CMC-Pulver kann das später eben schön aushärten. Und das kann ich jetzt auf etwas Bäckerstärke wieder auf 3 Millimeter Stärke ausrollen. Für den Stickträger habe ich mir jetzt eine Schablone geschnitten und die kann ich jetzt mit ein bisschen Kokosfett einfach hier draufkleben und dann mit einem scharfen Cutter zurechtschneiden. Und jetzt nehme ich ein Prägerad, so wie hier, und kann jetzt einfach die Nähte einprägen. Die Deko kann ich jetzt trocknen lassen und kann mich jetzt um die Torte kümmern. Die nehme ich jetzt erst einmal aus dem Backrahmen heraus und das geht am besten mit einem Backformmesser. Jetzt schneide ich den einmal durch. So, jetzt habe ich den Deckel weggenommen. Und jetzt wird die Torte gefüllt. Und zwar habe ich jetzt hier ein bisschen Kirschkonfitüre, also es war eigentlich Kirschgelee, habe ich ein bisschen erwärmt. Wer möchte, kann hier zum Beispiel auch ein bisschen Kirschwasser zufügen. Und damit wird die Torte jetzt getränkt. Jetzt stürze ich noch den Deckel und kann den auch bestreichen. Die Garnache hat jetzt mittlerweile auch die perfekte Konsistenz, ist schön streichfähig. Und da kommt jetzt auch eine kleine Schicht, die ist dann so etwa 3 bis 4 Millimeter dick, einfach mitten in die Torte. So, die Füllung habe ich jetzt glatt gestrichen und jetzt kommt noch ein bisschen Crunch in die Torte. Und dafür habe ich jetzt Haselnusskorkant hergestellt und 150 Gramm Haselnüsse grob gehackt. Die habe ich dann in einer Pfanne ohne Fett geröstet und 50 Gramm Zucker drüber gestreut und dann einfach so lange gerührt, bis der Zucker karamellisiert war. Das Ganze habe ich jetzt auf einer Dauerbackfolie abkühlen lassen, also komplett abkühlen lassen. Und jetzt breche ich es einfach noch so in kleine Stücke und kann das jetzt als Crunch-Füllung hier noch mit reingeben. Wichtig ist dann nur, dass man es ein bisschen reindrückt in die Creme und dann kann nämlich der Deckel schon drauf. Hier habe ich mir jetzt eine kleine Vorlage gemacht und die kann ich jetzt auf die Torte drauflegen und einfach zuschneiden. So sieht das jetzt aus. Und entweder könnt ihr die Torte jetzt auf dem Tortenretter fertig dekorieren und anrichten oder ihr nehmt so wie ich ein Cakeboard. Das mache ich immer ganz gerne, weil ich dann außenrum das Cakeboard auch noch schön dekorieren kann. Und dafür streiche ich jetzt ein bisschen von der Ganache auf das Cakeboard. Und wenn ihr es nicht in einem Stück rüberbekommt, dann zerteilt den guten Mann einfach und hebt die Torte in zwei Stücken drüber. Und jetzt kann ich die Torte komplett mit der Ganache eindecken. Und zwar kommt da jetzt die erste Schicht drauf, dann muss die Torte für etwa 20 Minuten in den Kühlschrank und dann die zweite Schicht, die dann auch die schöne glatte Schicht wird. So, das war jetzt so der letzte Schliff. Ihr könnt auch hier gerne wie bei der Dirndltorte so ein bisschen Struktur natürlich auch mit reinbringen. Ich halte die Torte jetzt aber relativ flach und stelle sie jetzt für etwa eine Stunde in den Kühlschrank, damit die Ganache schön fest werden kann und dann die Fondantschicht drüber kommen kann. Die Torte ist mir jetzt doch ein bisschen zu flach, deswegen nehme ich jetzt noch die Kuchenreste und habe nochmal ein bisschen Ganache gemacht, Vollmilchganache. Und werde jetzt einfach die Kuchenreste verwenden, um die Torte so ein bisschen dreidimensionaler zu machen. Die Torte ist mir jetzt auch ein bisschen zu machen. Also so gefällt er mir jetzt viel besser, jetzt habe ich ihn auch nochmal in der Kühlung. Und jetzt habe ich hier etwa 750 Gramm weißen Fondant bereits weich geknetet und den rolle ich jetzt dünn aus. Und zwar habe ich jetzt hier den Fondant mit der verbesserten Rezeptur und zwar wurde hier folgendes verändert. Hier ist jetzt Sheabutter drin und auch etwas Kokosöl und dadurch kann man den Fondant viel, viel dünner ausrollen. Er ist auch viel elastischer und vor allem ist es wirklich sehr einzigartig. Also ich habe vorher noch nie einen anderen Fondant gesehen mit Sheabutter. Am Anfang beim Kneten ist es ein bisschen härter, aber dann wird es super geschmeidig und wirklich sehr elastisch. Und man kann es fast so dünn ausrollen wie Papier, ohne dass er reißt. Also wirklich sehr elastisch. Die Torte fette ich jetzt mit etwas Backtrennspray. So haftet der Fondant besser dran. Und jetzt kann ich ihn drüberlegen. Ich habe ihn jetzt nicht ganz dünn ausgerollt, sondern etwa 2-3 Millimeter dick, damit einfach das Braun nicht durchschimmert. Ich kann es hier drüberlegen. Und hier unten werde ich es nicht komplett bedecken, denn da kommt eine Schokoschicht drüber für die Lederhose. Und jetzt einfach schön mit den Händen glatt streichen und gleich benutze ich noch Fondant Glätter. Jetzt kann ich hier den unteren Teil wegschneiden. Denn da kommt jetzt gleich Schokofondant drauf. Den Schokofondant schneide ich jetzt hier schon mal gerade. Dann habe ich es gleich ein bisschen einfacher. Lege ihn drüber und passe ihn dann auch mit den Händen an. Und hier müsst ihr jetzt im Prinzip nur zwischen den Beinen so ein bisschen aufpassen und gucken, dass der Fondant nicht reißt. Das heißt, einfach mit den Fingern... Scheiße, wer gleich das jetzt... Also einfach ganz vorsichtig mit den Fingern eben schön glatt streichen. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen Schokofondant ganz dünn ausgerollt. Da schneide ich jetzt einmal ein Band zu. Das wird dann der Bund. Und das klebe ich jetzt einfach mit etwas essbarem Kleber an. Hier werden jetzt auch wieder die Nähte eingeprägt. Dann kommt jetzt hier vorne so eine Tasche hin. Also so wie beim Tom auf der Hose. Und das müsst ihr jetzt einfach ein bisschen nach Augenmaß haben. Ich habe halt ein Echtmodell da. Wenn ihr das nicht habt, müsst ihr einfach eurem Mann oder eurem Freund eine Lederhose kaufen. Und dann muss der sich einfach auch in die Küche stellen. Und dann könnt ihr da mal abgucken. Und dann könnt ihr da mal abgucken. Hier habe ich jetzt noch einen Kragen angebracht. Und zwar habe ich dafür weißen Fondant mit ein bisschen CMC-Pulver verknetet. Ihr könnt aber zum Beispiel auch Blütenpaste nehmen. Und dann einfach ein langes Band zuschneiden und das Ganze schön ankleben. Ich lasse das Hemd jetzt nicht weiß, sondern mache ein rot-weiß kariertes Karohemd. Und dafür nehme ich jetzt einfach ein bisschen Lebensmittelfarbe. Ihr könnt das Ganze jetzt entweder mit Farbstiften aufmalen. Dafür muss der Fondant ein bisschen vorher angetrocknet sein. Oder ihr könnt auch Pulverfarbe vermischen. Entweder mit ein bisschen Wasser. Da trocknet es nicht ganz so gut. Oder ihr könnt auch Alkohol nehmen. Da verfliegt das Ganze ein bisschen schneller. Jetzt klebe ich das Mittelstück hier an. Das kann jetzt kurz antrocknen. Und dann habe ich auch schon mal die Träger vorbereitet. Die kann ich jetzt hier außen dran kleben. Und jetzt kann ich noch die einzelnen Elemente, wie zum Beispiel die kleinen Knöpfe, ankleben. Und am Ende kommt noch das schöne Ornament drauf. Die Deko-Teile sind jetzt getrocknet. Und das, was jetzt hier aussieht wie der Bilderrahmen, ist natürlich die Schnalle. Die kommt gleich hier dran. Aber die möchte ich noch ein bisschen verschönern. Und deswegen nehme ich jetzt Metallic-Farbe und kann die jetzt hier drauf streichen. Die Schnallen sehen jetzt durch das Gold und das Silber so ein bisschen alt aus, was ich sehr hübsch finde. Und jetzt klebe ich sie an. Tom, ich muss bei dir gucken, auf welche Höhe. Ich mache sie ungefähr auf die Höhe. Und hier habe ich noch mal die Hosenträger gemacht und so ein bisschen gekürzt. Natürlich auch mit Löchern. Und hier unten schön spitz zugeschnitten. Und die kann ich jetzt hier dran kleben. Und darf aber auch nicht vergessen, hier in der Mitte noch ein Loch einzuprägen. Hier habe ich jetzt noch mal aus schwarzer Modellierschokolade den Stift gemacht. Den muss ich jetzt ein bisschen zuschneiden und dann einfach hier dran kleben. Und jetzt nehme ich noch weiße Pulverfarbe. Die habe ich jetzt auch schon angerührt. Und werde jetzt mit einem dünnen Pinsel einfach noch die Motive auf die Lederhose malen. Und jetzt nehme ich jetzt mit einem dünnen Pinsel. Jetzt ist die Torte fertig. Jetzt muss ich nur noch das Cakeboard überziehen. Und dafür habe ich jetzt einfach Bananen vorhanden genommen. Der hat nämlich eine schöne, so ein bisschen beige Farbe. Und damit kann ich jetzt das Cakeboard eindecken. Ich habe es jetzt bereits mit Kleber bestrichen. Und jetzt lege ich das einfach drauf. Und kann es dann mit Modellierwerkzeug noch ein bisschen mustern. Um das Brett hier so ein bisschen zu strukturieren, nehme ich einfach einen Zahnstocher. Wobei, ich habe jetzt hier einen Schachsteckspieß. Und den drücke ich einfach in den weichen Fondant ein. Ja, so sieht jedenfalls jetzt die Torte aus. Und ich muss sagen, sie gefällt mir auch sehr gut. Und ist auch nicht zu schwer nachzumachen. Nee, das ist jetzt einfach nachzumachen. Also ich muss echt sagen, das ist eine schöne, einfache Torte. Die denke ich auch jeder hinbekommt. Wie viele Stunden hast du jetzt, ehrlich, jetzt gebraucht? Wenn du ohne Filme nehmen würdest, wie lange würdest du die Torte gebraucht? Ja, vielleicht so fünf Stunden oder so. Ja, vier, fünf Stunden ist okay. Mit Wartezeit halt. Man muss halt zwischendurch ein bisschen warten. In der Zeit haben wir halt Pizza gegessen. Das war auch okay. Pizza gemacht haben wir? Ja, Pizza haben wir gemacht. Der Toni war da. Er hat ein bisschen geschimpft. Er hat gesagt, das ist eine badische Pizza. Es war keine italienische Pizza. Wieso? Was hat er da aussitzen gehabt? Ja, dass wir halt die Tomatensoße nicht stundenlang gekocht haben. Naja, was soll's. Jedenfalls ist diese Torte fertig. Wir können sie leider nicht probieren. Ich werde sie gleich bei Markus probieren und sie seiner Familie bringen. Ich schreibe einfach noch kurz so einen Schriftzug drüber. Da zeige ich euch gleich noch zwei, drei Bilder im Anschluss. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Hiermit muss ich leider schon unsere Oktoberfestwoche beenden. Also Murat, sehe ich mich in nächster Zeit nicht mehr im Dirndl. Das würde mir wahnsinnig fehlen sein. Sag jetzt nichts Falsches. Das würde mir wahnsinnig fehlen sein. Ja, sehste. Ah, aber wenn's dir so sehr fehlen wird, kann ich's jetzt einmal die Woche für dich anziehen. Ja, von mir. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Das Rezept könnt ihr übrigens noch nachlesen auf sallyswelt.de. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Viel Spaß auf dem Oktoberfest. Servus. Wer hingeht. Ministerstattatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatiatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.